Eigentlich wollte ich euch heute ein Steelbook präsentieren. Warte den ganzen Tag darauf und siehe da, dann schaue ich in meinem Bestellstatus nach und sehe, es wurde einfach kurzerhand verschoben und zwar auf den Dienstag. Ob das jetzt so richtig ist oder nicht, wird sich herausstellen. Die Rede ist hier von Cash Truck. Ihr seht es hier, ich habe es mir bestellt, vorbestellt. 34,99 Euro. Ist ganz schön happig. Jetzt kann der eine sagen, boah, das ist mir viel zu viel. Der andere sagt, das geht gerade noch so klar. Ich habe das mit mir selber vereinbart und habe gesagt, Jason Statham, da mache ich noch eine Ausnahme. Damit zumindest man hier ja auf den Vorschaubildern eine tolle Front hat. Zumindest sieht das danach aus. Es sieht auch nach Jason Statham aus. Und wir haben auf der Rückseite ein Logo, befreit von irgendwelchen Credits oder so. Klar, da beißt man schon auf die Zähne, guckt man sich andere Steelbooks an in 4K für 27,99, 29,99, wie wir das zuletzt hatten von Black Widow, von Disney und so mit Hochglanz und allem drum und dran. Ja, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ich denke, jeder hat so seine Lieblingsschauspieler, wo er dann mal ein Auge zudrückt. Aber man geht halt natürlich gewählter zu Werke oder ja, wählt dann explizit zwischen den einzelnen Sachen aus. Nicht mehr so wie früher gab es bei mir auch. Haarfilm kommt raus, was, Steelbook, Jo, nehme ich. Die Zeiten sind natürlich auch schon lange vorbei. Merkt man auch auf meinem Kanal, dass es da wesentlich weniger geworden ist. Und ja, so picke ich mir eben die einzelnen Sachen raus. Ob das jetzt noch kommt oder nicht, wir werden es sehen. Ich finde es sehr komisch, dass ein Steelbook am Release-Tag ausverkauft ist, wie es hier steht, derzeit nicht auf Lager. Und guckt man nach Italien, ja, auch da ist es nicht mehr verfügbar. Mondpreise werden schon wieder verlangt. 55,65 Euro. Also ich bin da mal gespannt. Außerdem wäre jetzt heute erschienen das Steelbook zu Nobody. Und das kostet 39,99 Euro. Und das war es mir definitiv nicht wert. Man kann ja über die Farben streiten. Ist alles Geschmackssache. Aber ich finde, gestalterisch wurde hier dermaßen wenig rausgeholt. Jetzt hat man so ein tolles Sonderformat. Kann sich da austoben mit Lackierungen, mit Prägung, mit Stanzung, mit Artworks und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal nach Italien. Klatscht man dir sowas hin? Und dafür verlangt man in Deutschland 40 Euro. Also das finde ich echt viel, viel, viel zu viel. Wir haben hier bei Italien aber 27,52 Euro. Da fragt man sich, wieso kostet das bei denen so wenig und bei uns wieder so viel. Man weiß es nicht genau, wer sich für das Steelbook interessiert. Dem empfehle ich den Kanal von meinem Kollegen, den Simi. Der hat das Ganze schon ausgepackt. Außerdem hat er hier schon eine Review zum Film für Fun ohne Ende, Red Notice. Ja, der erscheint ja morgen offiziell auf Netflix. Da bin ich auch ganz schön gespannt. Werde ich mir angucken und da auch meinen Senf dazu geben. Aber bitteschön, beim Simi, meinen Kollegen, seht ihr das Ganze schon auf seinem Kanal. Und ich war hier nicht bereit, da eben nochmal mehr Geld auszugeben für so einen Film. Und habe mir jetzt einfach hier einmal die Standard-Emeray gekauft. Ja, die kostet auch so 13, 14 Euro um den Drehraum. Ja, und jetzt könnten natürlich Leute sagen, Mensch, wieso kaufst du dir denn die Emeray? Kostet auch so viel Geld. Tja, was willst du machen? Ich bin gesund und habe einen Test und darf trotzdem nicht ins Kino gehen. Ja, wir haben hier 2G, wo ich wohne. Und du willst ja Filme gucken, die Filmindustrie unterstützen. Du willst auch ins Kino gehen, aber du kannst halt einfach nicht. Man lässt dich einfach nicht. Und das als gesunden Menschen. Es ist furchtbar. Also habe ich beschlossen, mir die ein oder andere Emeray ins Haus zu holen. Und zwar zum Release. Ihr habt es bestimmt schon auf dem Kanal gemerkt. Sehr viele Emerays in letzter Zeit. Und das tut es definitiv auch. Ich könnte das Ganze natürlich online ausleihen für 4,99 oder auch warten, bis der Preis der Emeray fällt. Oder auch irgendwann streamen oder so. Mache ich bei anderen Filmen, wo ich mir nicht ganz so sicher bin. Aber hier habe ich doch ein richtig gutes Gefühl. Habe ja den Film schon mehrfach vorgestellt mit Trailern und worum es da eigentlich geht. Und habe mir alles mögliche reingezogen. Und möchte auch was für meine Sammlung haben. Was physisches, ja, in den Händen. Und da muss es nicht immer ein Mediabook sein oder ein Steerbook. Aber ich möchte den Film sehen. Ich möchte den Film zeitnah sehen. Und ich mag mit euch auf meinem Kanal darüber quatschen. Und deswegen tut es auch hier die Emeray in dem Fall, finde ich, meiner Meinung nach. Und genauso verhält es sich dann auch mit The Little Things. Auch hiervon erscheint ja ein Steerbook. 2D-Steerbook für 24,99. Das war es mir dann auch nicht wert. Und so habe ich jetzt für diese Standard-Emeray nur die Hälfte bezahlt. Wie gesagt, man kann auch nur 4,99 bezahlen, wenn man sich das Ganze online ausleitestreamt oder so. Oder ganz komplett warten. Aber ich möchte die Filme hier in meiner Sammlung mal mit aufnehmen und mir angucken. Und dann, wie gesagt, zeitnah mit euch darüber reden. Gucken wir nach Italien nochmal ganz schnell. Und zwar zum Steerbook. Eben diese Steerbook-Preisverhältnisse, die wir haben. Ich schwenke mal wieder rüber. Hier sind wir in Deutschland. Haben wir für The Conjuring 3 im Band des Teufels einen Preisfest gesetzt von 35,02 Euro. Und zwar eigentlich 35,99 Euro. Das Ganze hatte ich mir schon in Italien bestellt. 23,19 Euro aktuell der Preis. Ich habe es sogar für knapp unter 20 Euro bekommen. Es gab es sogar mal für 17 Euro dieses Steerbook im Angebot. Die 4K hat auch einen deutschen Ton. Blöd ist es halt mit den 4 Euro, was man versamt noch zahlen muss. Aber auch da kommt man wesentlich günstiger weg. Und auch da muss man dann sagen, 35 Euro für so ein Steerbook. Das ist es eigentlich auch nicht wert. Ich habe es euch präsentiert auf meinem Kanal. Gucken wir uns diese Warner Steelbooks einmal an. Dann haben wir hier eben die Front. Sehr schwach lackiert. Aber vom Motiv her ist es noch okay. Du hast die Rückseite. Da haben wir unten wieder Warner typisch die Credits. Und dann machst du es auf, wenn es denn irgendwie ja mag. Ich habe noch nie ein Steerbook aufgemacht. Und dann haben wir auch hier noch absolut lieblos bedruckte Discs und alles ein Innenprint, den man kaum wahrnehmen kann. Und ja, ich sage ja, für unter 20 Euro, wenn du es hast, weil du deine Reihe auch im Steerbook kompletieren möchtest. Da stehst du dann ja auch immer vor der Entscheidung, mache ich das jetzt oder nicht. Du hast alle Teile im Steerbook. Ist es mir der Film wert oder nicht? Glücklicherweise ist der Film richtig okay, muss ich sagen. Er fällt im Vergleich zu den ersten beiden Teilen natürlich stark ab. Die sind aber auch da oben bei der Messlatte. Und dennoch ist es hier ein guter Film. Da nehme ich das gerne dann noch in Kauf, wenn es eben hier eine günstige Alternative gibt, wie aus Italien. Bei Terminator habe ich komplett aufgehört, da irgendwelche Reihen zu kompletieren, auch im Steerbook. Und auch bei den Filmen, weil mir der letzte Teil einfach überhaupt nicht mehr gefallen hat. Jo, soviel einmal zum Thema Update, ja, von den Filmen her. Ihr könnt mir da eure Meinung gerne unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze jetzt handhabt. Ihr seht das, bei mir wird es immer mehr. Emery, ja, oh Gott, Plastikmüll wird immer mehr. Aber ich schmeiße es nicht weg. Das bleibt hier bis zum Schluss am Start. Dann habe ich noch ein weiteres kleines Update, wobei das ein bisschen größer ist. Auch da war ich überrascht gewesen, dass ich das im Laden nicht mehr gefunden habe. Es ist so, du gehst im Laden. Ich war auch gestern wieder im Saturn, wollte die Filme so kaufen im stationären Handel. Nix da. Okay, war wieder ein Tag früher dran, aber ich muss halt gucken, wann habe ich Zeit, wann komme ich da hin, wann habe ich ein Auto und so weiter und so fort. Also musstest du dir das Ganze wieder online bestellen. Und ich war da auch auf der Suche nach einem Adventskalender, den wir letztes Jahr schon hatten, und zwar von edle Tropfen. Und in keinem Geschäft, weder beim Real noch beim Rewe oder Edeka, gab es den. Also musste ich mir den jetzt dann hier auch online bestellen. Und da haben wir ihn dann. Also edle Tropfen, Nuss, welch ein Genuss. Und damit ist zumindest die Adventszeit hier schon mal auf jeden Fall gesichert. Das ist eine tolle Sache. Da freue ich mich auch noch drauf. Außerdem habe ich jetzt noch einen kleinen Schmankerl zum Abschluss für euch. Denn ich habe mir ja zuletzt Ice-Tee geholt. Blood Runners. Ich mache das Ganze hier mal ein bisschen, klappe das ein bisschen runter. Und dann seht ihr hier die Emery besser. Da war ich sehr gespannt drauf, als Ice-Tee-Fan. Ja, wollte den Film hier unbedingt mir angucken und anschauen, recht zeitnah. Ich habe ja gedacht, dass das ein älterer Film ist, aber Ice-Tee hat sich einfach super gehalten. Der Film ist von 2017, hat eine Lauflänge von 95 Minuten und eine Freigabe ab 18 Jahren. Im Prinzip hast du da so einen Gangster-Film zur Zeit der Prohibition, aber dass der Gangster-Boss jetzt kein normaler ist, sondern ein Vampir gespielt von Ice-Tee. Und der muss sich dann eben mit diversen illegalen Machenschaften hier gegen die Polizei und andere Gegner durchsetzen. So viel mal ganz kurz zur Story. Optisch ist es vollkommen auf TV-Niveau, muss man sagen. Und ja, schauspielerisch leider auch. Auch vom Stilmittel, wenn es Überblendungen gibt. Sehr oft, hier werden kaum irgendwelche harten Cuts gesetzt. Du hast immer wieder so weiche Überblendungen. Das ist ein Stilmittel, das erinnert an die späten 90er-Jahren, eben 90er-TV-Produktionen und auch Serien. Sprichwort Buffy. Hier haben wir auch ein paar Sachen, die an Buffy erinnern. Denn wir haben hier ein paar Vampire, die sich eigentlich nicht großartig verwandeln, wenn sie denn zum Vampir werden. Da wachsen denen eigentlich nur die Zähne irgendwie so raus. Und dann haben wir eben ein paar Szenen, wo sie dann getötet werden. Ein Pfahl durchs Herz kommt. Da ist das Blut dann praktische Effekte. Aber dann, wie sie sich auflösen. Und Feuer ist dann CGI. Und das sieht sehr, sehr billig aus. Und vor allem hier, ja, erinnert stark an Buffy. Ansonsten haben wir hier kaum brutale Szenen. Ich weiß nicht, warum der Film ab 18 freigegeben ist. Großspannung kommt nicht auf. Es plätschert alles irgendwie so dahin. Vom Ambiente her sieht das eigentlich ganz okay aus. Was aber wirklich auch noch schrecklich war, waren die Rückblendungen, wo man dann im Krieg irgendwelche Soldaten gesehen hat. Und die bekamen dann einen Kopfschuss. Das auch noch mit dem CGI. Das sah wirklich grausam aus. Und hat den Film dann doch auch wieder etwas runtergezogen. Ich würde mal sagen, für Hardcore Ice-T und Hardcore Vampir-Fans, wobei da echt auch wenig Vampir und Biss drin ist, kann man sich den Film mal geben, sich die Emery kaufen oder sonstiges. Da würde ich definitiv davon abraten. Das ist so ein Film, den nimmt man mal mit für 99 Cent bei Amazon im Angebot zum Streamen. Oder wenn er hier auf dem Grabbeltisch ausliegt für 3 Euro oder so. Aber ansonsten muss ich hier ganz klar abraten, so viel Geld auszugeben. Spart euch das lieber, spendet es lieber. Oder falls ihr die Möglichkeit noch habt, dann geht lieber ins Kino und guckt euch dort einen ordentlichen Film an. Jo, meine lieben Freunde, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. War jetzt so ein kleiner Mischmasch. Aber ich denke mal, so über alles in einem Video zu reden, mal wieder macht doch auch richtig Spaß. Mir hat es auf jeden Fall jetzt hier Spaß gemacht. und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Bleibt gesund, meine Freunde. Auf bald und Servus.